Die Copa Conmebol 1999 war die 8. und letzte Ausspielung des südamerikanischen Vereinsfußballwettbewerbs, der mit dem europäischen UEFA Cup vergleichbar war. Es nahmen wieder 16 Mannschaften teil. Der argentinische Vertreter-Club Atletico Telleres gewann das Finale gegen CS Alagoano aus Brasilien. Torschützenkönige wurden gemeinsam die beiden Brasilianer Messinio von Centro Sportivo Alagoano und Marcelo Araxa vom Sauraimundo Esporte Club mit jeweils vier Treffern. Erste Runde Die Hinspiele fanden am 13. die Rückspiele 20. Oktober 1999 statt. Sternchen HS am 19. S am 26. Oktober Sternchen Sternchen RS am 19. Oktober Sternchen 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 RS am 21. Oktober Sternchen 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 HS am 12. Oktober Sternchen 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 Beide Teams zogen zurück. Viertelfinale Die Hinspiele fanden am 3. die Rückspiele 9. November 1999 statt. Sternchen war bereits gegen den Sieger aus River Plate und Rentistas gelost worden. Halbfinale Die Hinspiele fanden am 17. die Rückspiele 24. November 1999 statt. Finale Finale Mohammed Aaron Kenale Is Benz